ein hallo und herzlich willkommen für eine neue runde zu deathmatch wieder gegen batman das war ja glaube ich die das muss ja auch die gewesen sein von der letzten runde die mich hier so knapp geschlagen hat genau und diesmal werde ich sie schlagen weil in der allerersten runde deathmatch habe ich sie auch geschlagen dann aber mit wirklich wenigen punkten und die letzte runde war ich wirklich schlecht muss ich auch zugeben diesmal noch zwei andere mit dabei die anderen sind leider rausgegangen aber egal mit meinem liebsten charakter werde ich jetzt hoffentlich zeigen wer hier der bessere ist also in meuchen denke ich weiß nicht aber in meuchen werde ich ja noch mal besser als im deathmatch aber egal ich werde jetzt einfach mein bestes geben und ich hoffe dass ich die runde gewinnen werde auf der map bin ich eigentlich relativ gut mann die weiß die ist natürlich nicht dumm warum warum ich laufe noch direkt auf sie zu ich hätte die runde zur seite gehen sehen seite gehen soll das war echt schlecht weg doch hier weg ja geil ich ja ich mich auch immer als ziel aber egal die runde gerade erst angefangen und ich könnte wetten dass sie wieder mein verfolger ist das war so klar aber diesmal habe ich die versuchte mann ey ich wollte hochklettern ach gut kacke sagen wir verfolger mann ey kurz vor meinem ziel werde ich gekillt nach oben jetzt bitte bleiben da oben alter ich muss mich auch jetzt verarschen wie schlecht bin ich denn bitte gerade zum glück zum glück jetzt bin ich zwar tot aber mir egal und ich bin nur noch dritter aber ich lege in früheren wieder komm einfach her nein oh mein gott der vor mir ich hab einfach nur die verfolge da vorne gesehen und mich auf nichts anderes konzentriert und dann kommt er von der anderen seite ja ich wusste im letzten moment habe ich es gesehen direkt noch mal dritter mal da direkt noch mal zum glück ich habe gesehen dass er die vierte gesperrt hat aber zum glück nicht mich getroffen oh mein gott scheiße jetzt habe ich nicht gesehen wo sie ist oder er das sind wir wenigstens auch umgestritten so jetzt haben wir ein weltmeiners ziel oh mein gott oh nein der hat mich sogar mit einem giftfeil abgeschossen ja dann freue ich mich dass er mich gekürt hat weil giftfeil ist ja mal sowas von glücklich oh wenn ich jetzt hier habe dann kriege ich noch echt nie ich muss jetzt mal auf punkte gehen und jetzt mal rauchbomben ich muss jetzt mal auf punkte gehen und jetzt mal rauchbomben ach eineinhalb minuten darf ich jetzt warten bis ich wieder die rauchbomben habe ich kriege ihn wirklich nie ich kriege ihn wirklich nie das gibt es doch nicht nein scheiße der laufthorn ist so dumm ja oh mein gott nein er war genau vor mir komm komm diesmal kriege ich ihn diesmal kriege ich ihn diesmal komm her sind sie ich will das ist nicht du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du Boah, wieso denn? Ich hab's einfach gewusst. Oh, geil, ich hab keine... Und noch ein bis... Nein, ich wollte grad vier drücken. Und der muss mich natürlich auch direkt als Ziel kriegen, wenn der vor mir läuft, ey. Ey, so ein Glück muss man auch mal haben. Oh Gott. Das war klar. Nein. Nein, was mach ich denn da? Nein, was mach ich denn da? Komm noch... Oh Gott, er hat mein Leben gerettet. Hä? Muss ich das verstehen? Hä? Was war das denn gerade? Was? Was? Ey, wer der wird jetzt Erster? Boah, ey. Wie schlecht war ich, bin ich denn wieder Erster geworden? Und mit einem Unterschied... So, 250 Punkten. Egal. Ich bin wenigstens Erster geworden. Und das wollte ich auch erreichen. 7 zu 14. Kann man mal sehen. Ich hab die Hälfte der... Die Hälfte der Kills... Von dem zweiten, von dem da, und hab trotzdem mehr Punkte. Naja. Und ich bin nicht in der Errunges-Halb. Ähm... Ruhmes-Liste. Egal. Oder meine Top-Auszeichnung. Ich verabschiede mich dann. Und, ähm... Ja. Und hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao.